Mein Name ist Gaby Kammerer. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und habe dort mal Wirtschaftsingenieur studiert. Ich habe gedacht, als Wirtschaftsingenieur habe ich gute Möglichkeiten, ich kann Karriere machen und ich kann auf jeden Fall mein Leben selber bestimmen, kann es selber in die Hand nehmen. Ich war zunächst erst einmal angestellt in Konzernen, mittelständischen Unternehmen und habe über 15 Jahre im Key Account Management, im Supply Chair Management, teilweise in Projekten und teilweise auch als Führungskraft gearbeitet. Damals war das Thema Selbstständigkeit noch ein sehr, sehr weiter Weg. Heute bin ich ihn erfolgreich gegangen und möchte dich dabei unterstützen, diesen Weg ebenfalls erfolgreich zu gehen. Das heißt, ich unterstütze bei der X Group Gründer dabei, ihren Businessplan zu schreiben und kitzle all die Hintergründe, Geschichten, Motive, Ziele aus den Gründern raus, die diesen Businessplan erst so richtig lebendig werden lassen. Denn das hatte ich auch schon damals. Ich liebe Geschichten und mich interessieren die Hintergründe. Das heißt, was macht dein Produkt so besonders? Was ist das Nutzenversprechen, was du bieten kannst und was all die anderen Wettbewerber eben nicht haben? Und all das macht dein Businessplan erst so richtig überzeugend und rund. Ganz egal, für wen du ihn schreibst. Die Arbeitsagentur, das Jobcenter oder aber Kreditgeber, Investoren. Wenn wir all diese Punkte gemeinsam herausgefunden haben, dann gilt es das, kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Und dabei hilft mir tatsächlich wieder mein Studium Wirtschaftsingenieur. Denn da geht es ganz häufig darum, auch Themen kurz und knapp zu beschreiben, sodass sie für jemand anders verständlich sind. In der XCO gibt es über 24 verschiedene Module, in denen wir dich beraten können. Meine Spezialität liegt in ganz bestimmten Modulen. Das ist zum einen der Textteil im Businessplan. Ein weiteres Modul, das ich sehr gerne unterstütze, ist das Thema Unternehmerpersönlichkeit. Als Angestellter braucht man ganz bestimmte Qualitäten und teilweise bereitet einen das auf die Selbstständigkeit vor. Und gleichzeitig ist es noch mal etwas anderes, wirklich als Unternehmer in eigener Sache auf einen Markt zu gehen. Plötzlich verkaufe ich nicht mehr ein Produkt von einem anderen Unternehmen, sondern ich verkaufe mein eigenes Produkt. Ich verkaufe vielleicht sogar ein Stück weit mich selbst mit meiner Leistung, mit meiner Dienstleistung. Ich möchte für mein Produkt, für meine Dienstleistung einen angemessenen Preis am Markt durchsetzen. Manchen fällt es ganz leicht zu sagen, das ist mein Preis. Manch anderer tut sich damit ein bisschen schwerer. Bei all dem kann man etwas machen. Man kann an dem Thema Selbstständigkeit weiter wachsen und sich entwickeln. Und genau das ist der Punkt, der mich an dem Thema Unternehmerpersönlichkeit so fasziniert. Weitere Themen, die ich sehr gerne berate sind Elevator Pitch, wie mache ich mich interessant in einer sehr kurzen Zeitspanne von vielleicht 60 Sekunden, zwei oder maximal drei Minuten. Wie führe ich ein gutes Verkaufsgespräch? Wie schaffe ich es, dass der andere von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung mindestens genauso begeistert ist, wie ich selber. Und das Schönste für mich ist, dass ich auch das Mentoring bei der XFRO übernehme. Das heißt, ich begleite dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich zeige dir die einzelnen Module, welche für dich relevant sind, welche du vielleicht im Moment nicht unbedingt benötigst. Und ich stehe dir als Mentor während des ganzen Weges zur Seite und gebe dir weitere Berater, die wir bei der X Group haben, an die Seite. Damit hast du für den gesamten Weg einen Ansprechpartner, den du immer wieder kontaktieren kannst, wenn du Fragen hast, wenn etwas nicht ganz so klappt, wie du es am Anfang erwartet hast oder wenn es zwischenzeitlich Herausforderungen geben sollte, wir einfach ganz normal sind auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich freue mich darauf, dich bei der X Group kennenlernen zu dürfen und dir bei der Umsetzung deiner Business-Idee zu helfen. Deine Gaby Kamera. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.